Es war der 26. Juni 1974, als die Katastrophe über uns hereinbrach. Wir waren pleite. Und mit uns die ganze Stadt. Es war die größte Bankenpleite der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei hat alles so schön angefangen. Das ist Fräulein Breuer, ihre neue Sekretärin. Behandeln Sie mir das Mädchen bloß? Sieh jetzt aus wie ein Ungeheuer. Ich hab's wirklich gedacht. Die Herstatt-Bank ist die größte Privatbank Deutschlands. Geldvermehrung ist eine Kunst, mein liebes Kind. Und ich bin Künstler, durchaus nicht. Das ist Magie, die hier in der Luft liegt. Magie! Sie haben dann 1,872 Millionen Nachverdien mit einem einzigen Geschäft. Und warum? Weil wir die Schnellsten sind. Weil wir die Schnellsten sind. Ihr habt schneller als so verkackte Schäfte. Immer kackt, wie abwältig war. Das konventionelle Bankgeschäft ist tot, das wissen wir alle. Aber der Devisenhandel, das ist unsere einzige Chance. Das ist die Zukunft. Ausschließlich mit Spekulationen im großen Stil. Lässt nicht überhaupt noch Geld verdienen. Und wenn man den Devisenhandel wenigstens ein wenig optisch reduzieren könnte? Also wir machen weiter unsere Devisengeschäfte und die Buchungen sind dann nicht mehr sichtbar. Der ist eine Naturgewahl. Der ist eine Geldvermehrungsmaschine. Ein Goldesel. Gibt's denn sowas, dass jemand Gold scheißt? Was ist denn jetzt mit meinem Gold? Wer glaubt, diese Bank hier sei lediglich ein Tollhaus oder ein Spielcasino? Unterscheidet sie gewaltig die kriminelle Energie, mit der hier gehandelt wird.